Wie erforschen die ökonomischen Implikationen von Rentenversicherungsprodukten, typische Produkte sind zum Beispiel die Riester-Rente oder die Rürup-Rente, auf die Finanzkraft von Versicherungsunternehmen. Unsere Analyse ist dabei aber nicht nur auf das Wohlergehen des Versicherungsunternehmens beschränkt, sondern auch auf den Nutzen für den Kunden ausgerichtet. Wir betrachten dabei die sogenannte Rentenbezugsphase, das heißt also die Phase, in der der Kunde vom Versicherungsunternehmen die Rente bezieht, ohne weitere Beiträge zu leisten. In unserer alternden Gesellschaft gewinnt gerade diese Phase immer mehr Anbedeutung. Laut dem Statistischen Bundesamt werden im Jahr 2030, das heißt also gerade mal in 13 Jahren, ca. 22% der deutschen Bevölkerung, also fast ein Viertel, über 64 Jahre alt sein. Für Neugeborene wird die durchschnittliche Lebenserwartung bei 85 Jahren liegen, was bedeutet, dass also durchschnittlich 20 Jahre Rentenbezugszeit auf die privaten Altersversicherer zukommt. Das typische Rentenversicherungsprodukt in Deutschland beinhaltet nicht nur eine feste, regelmäßige, also es bedeutet monatlich, halbjährlich, jährlich, lebenslange Auszahlung, sondern auch die Auszahlung eines variablen Betrags, der von dem vom Versicherungsunternehmen erwirtschafteten Überschüssen abhängt. Diese Überschüsse entstehen im Versicherten-Kollektiv und werden dann anhand von aufsichtsrechtlichen Regelungen und Managementregelungen an die entsprechenden Kundengruppen zugeteilt. Sowohl die Versicherungsnehmer als auch das Versicherungsunternehmen sind dabei an der stabilen Erwirtschaftung dieser Überschüsse interessiert. In unserer Forschung betrachten wir, wie sowohl die Höhe dieses fixen Anteils als auch die Höhe des variablen Anteils als auch die Zeitpunkte dieser Auszahlung den Nutzen für verschiedene Kundentypen beeinflussen. Da diese Überschüsse entsprechend der Entwicklung des Versicherers entstehen, betrachten wir die Bilanzentwicklung für verschiedene Bilanzierungssysteme, zum Beispiel HGB oder Solvency 2, über den gesamten Betrachtungszeitraum bis zum letzten Überleben des Versicherten-Kollektivs und leiten daraus spezielle Risikokennzahlen ab, wie zum Beispiel eine Internal Rate of Return, eine Ruinwahrscheinlichkeit oder eine Solvenzquote. Insbesondere aufgrund der komplexen Mechanik und Regulatorik der Überschussbeteiligung können diese Berechnungen nicht mehr analytisch, also das heißt mit Stift und Papier durchgeführt werden. Das bedeutet, mit dem Versicherungsunternehmen werden auch die speziellen Überschussquellen simuliert. In jedem betrachteten Zeitpunkt, in der Regel sind das über 50 Jahre, wird die Kapitalmarktentwicklung der Kapitalanlagen im Bestand des Versicherungsunternehmens simuliert. Im Gegensatz zu Banken hängen die Überschüsse in einem Versicherungsunternehmen auch von der Sterblichkeitsentwicklung des Versicherten-Kollektivs ab. Wenn also mehr Versicherte sterben als in der Kalkulation angenommen, entsteht ein Überschuss. Dies führt dazu, dass die Cashflows, die schlussendlich in die Bilanz des Versicherungsunternehmens münden, in einer Vielzahl komplexer, jedoch unabhängiger Szenarien simuliert werden müssen. Da alle diese Szenarien unabhängig voneinander sind, macht es Sinn, diese nicht an meinem Platz hintereinander zu rechnen, sondern auf vielen Kernen parallel rechnen zu lassen. Dabei ist die Genauigkeit der Simulation auch abhängig von der Anzahl der Szenarien. Die Hochleistungsrechner ermöglichen uns also nicht nur die Simulation von mehreren Tagen auf wenige Stunden zu reduzieren, sondern auch die Genauigkeit meiner Ergebnisse zu verbessern. Das Hessische Kompetenzzentrum für Hochleistungsrechner ermöglicht uns also nicht nur den Zugang zu den Hochleistungsrechnern, sondern unterstützt uns Ökonomen auch darin, unsere Programme auf den Hochleistungsrechnern lauffähig zu machen.